Fußball in der Mittellandkanal-Metropole. Es ist Samstag und ich bin auf dem Weg dorthin, wo es sonst nur Männer hinzieht, die von ihrer Familie die Schnauze voll haben. Ins Fußballstadion. Schon von Weitem ist ja in jedem Fanblock immer eine sehr hohe Fahrlehrerquote erkennbar. Am Bahnhof von Braunschweig muss ich von hinten an einer Sicherheitsschleuse und diversen hoch ausgerüsteten Polizeibeamten vorbei und laufe im Gang unter den Schienen schon um 12 Uhr besoffenen Männern entgegen, die zum Fußballspiel in Braunschweig wollen. Sie spielen in der dritten Liga, man scheint sich seitens der Vereinsgefolgschaft aber größte Mühe zu geben, sich die Spiele mindestens auf Champions-League-Niveau schön zu saufen. Mein kurzfristiges Ziel, Gleis 5. Mein mittelfristiges Ziel, Wolfsburg, das Abu Dhabi von Niedersachsen. Zur Hauptgeschäftszeit wirkt Wolfsburg wie das einst florierende Ruhrgebiet. Dank hohem Gewerbesteueraufkommen gibt es allerlei Unterhaltungsmöglichkeiten für die gut verdienende Mittelschicht der ästhetisch anstößigen Stadt. Doch das Ende ist absehbar, alles wird zusammenbrechen, wenn das Ende des Verbrennungsmotors kommt. Die Gegenwart Vollzeit Badeland Outlet Center, die Zukunft Arbeitslosigkeit Kiosk Grafenwalder. Nach der Hauptgeschäftszeit wirkt Wolfsburg dagegen wie ein gescheitertes arabisches Großprojekt. Moderne hohe Gebäude, in deren Glasfassaden sich die Dunkelheit spiegelt, in der Ferne ist ein Auto zu hören, ansonsten Stille. Keine Stimmen, keine anstoßenden Gläser vor Straßenlokalen, keine grölende Gruppe 16-Jähriger, nicht mal ein anständiger Raucherhusten vor einer Kneipe. Dagegen fliegt am Potsdamer Platz an Karfreitag die Kuh. Ich stehe also am Gleis und warte auf den Zug nach Wolfsburg. Am Gleis sehe ich ein Fußballtrikot, der Rest ist in Zivil. Der Rest sind vier weitere Menschen. Der Zug ist sehr leer, ich suche mir einen Sitzplatz und genieße die privatisierte Regionalbahnatmosphäre. Mit dem Zug nach Wolfsburg zu fahren, fühlt sich immer wie eine verkehrspolitische Inklusionsmaßnahme an. Die große Stadt der Autos heißt jetzt sogar Zugreisende willkommen, falls der Zug denn hält. Der Bahnhof von Wolfsburg ist klein und provinziell. Unter den Möglichkeiten in Wolfsburg anzukommen, ist er wie tiefe Türklinken bei schweren Feuerschutztüren, er ist der Fahrstuhl zwei Flure weite oder die Rampe am Hintereingang. Eine nette Idee der Öffnung, ein Schritt in die richtige Richtung, Barrierefreiheit für Autolose, nur im letzten Schritt nicht konsequent zu Ende gedacht oder eben gerade schon. Schließlich ist Wolfsburg nicht die Stadt der Züge, Wolfsburg ist die Stadt der Stickoxide. Ich steige aus und muss hierdurch keine Polizeikontrolle, ich sehe noch nicht mal Polizei oder, abgesehen von dem einen mitgereisten Fan im Zug, irgendetwas, das auf ein Fußballspiel hindeuten würde. Ich laufe nicht durch das Bahnhofsgebäude, denn ich kenne die Mittellandkanalmetropole und ihre schnellen Wege wie meine Westentasche. Ich laufe am Ende des Gleises über ein Stück Wiese und schließlich unter der Kinderexperimentierhölle Pheno hindurch zu einer öffentlichen Rolltreppe. Welcome to Wolfsburg, Baby. Ich mache es mir auf einer Stufe bequem und lasse mich hochfahren. Oben angekommen laufe ich nicht über die Brücke, sondern ich nutze eines der aus Flughäfen bekannten Personenbeförderungsbänder, da werden Composita-Fans ganz feucht. Wie eine Mettwurst auf dem Kassenband werde ich zunächst über die Eisenbahngleise und dann über den Mittellandkanal in Richtung VW-Werk gefahren. Ab hier fordern die Städteplanerinnen Eigeninitiative, ich muss selbst laufen. Der Weg ist klar, an der Glasfront der Erlebniswelt Autostadt, nur mit Atemschutz zu empfehlen, geht es vorbei, den Ausflugsbootanleger, ja auch sowas bietet Wolfsburg, lasse ich rechts liegen und laufe nun über den vollen Parkplatz der Autostadt. Versteckt hinter einem Tordurchgang liegt nun eine Wolfsburger Rarität, ein Radweg. Ich folge ihm und stehe nun erneut auf einem Parkplatz. Rechts von mir befindet sich ein Trainingsplatz, geradezu vor mir zwei Stadien und links eine Wasserskianlage, die aktuell von einer Person benutzt wird, wahrscheinlich ist es der Betreiber. Das größere der beiden Stadien ist leer, auf das kleinere bewegen sich doch jetzt tatsächlich mal Menschen zu, einige sogar in Trikots und da vorne doch tatsächlich, das gibt es ja gar nicht, ein Streifenwagen. Wolfsburg spielt gegen Essen. Vor dem Stadion sitzen Menschen in der Sonne, Erwachsene prüfen die Anzahl der sie begleitenden Kinder und Menschen werden von Ordnerinnen und Ordnern abgetastet, bevor sie eben dieses bisher nur mit aktueller Popmusik gefüllte Stadion betreten dürfen. Die Essener Fankurve spendet geschlossen für eine Stiftung eines ehemaligen Wolfsburger Spielers. Sie besteht aus einem Mann mit Trommel und Megafon. Letzteres klemmt er zwischen die Beine, um mit seinen Händen Geld in die mit den Farben seines Gegners verzehrte Dose zu werfen. Ich muss das Treiben wieder verlassen, mein Platz liegt auf der anderen Seite des Stadions. Ich sitze auf der deutlich leeren Seite des Spielfeldes und sehe die dafür deutlich vollere Tribüne. Ich würde auch lieber im Plattenbau mit Blick auf den Altbau wohnen als anders herum. Ich laufe um das Stadion herum zu meinem Eingangstor. Momentan bin ich der einzige Zuschauer an diesem Eingang, zeige meine Karte vor und darf durch den mit Sichtschutz präparierten Zaun gehen. Jetzt kommt der stressigste Moment des Ausfluges. Ich befinde mich in einem Halbkreis aus ungefähr acht Ordnerinnen und Ordnern, die sich um das Eingangstor positioniert haben. Keiner dieser Menschen macht einen Schritt auf mich zu, sie überlassen die Initiative mir. Ich habe die Wahl. Alle gucken mich an. Ich kann nicht lange überlegen. Ich weiß, dass ich als Mann zu einem Mann gehen muss. Ich weiß nicht so genau, warum das so ist. Ich will auch nicht von Männern abgetastet werden, aber sie haben sicherlich ihre Gründe für dieses System. Ich will jetzt aber auch nicht groß herumgucken, damit ich niemanden aus Versehen diskriminieren kann. Wenn ich jetzt herumgucke und dann sehe, dass einer dick ist oder gar anderweitiger Herkunft sein könnte, fühle ich mich verpflichtet, auch zu diesem Ordner zu gehen. Ein Zeichen gegen Ausgrenzung. Aber wäre es nicht viel solidarischer, wenn ich ihm gerade keine Arbeit machen würde? Und was ist, wenn er im Halbkreis ganz rechts am Rand steht, also so gar nicht auf dem direkten Weg zur Tribüne, die sich hinter dem mittleren Ordner befindet? Dann sieht es wie eine gezielte Auswahl aus, da ich ja sogar einen Umweg für diesen Ordner in Kauf nehme. Was sich die anderen dann wohl für Beweggründe für meine Auswahl überlegen würden? Auch als Dauerkartenbesitzer entwickelt man keine wirklich gelassene oder gar souveräne Routine darin, es ist jedes Mal derselbe Stress. Ich habe mittlerweile folgende Taktik. Ich gucke auf den Boden, während ich den sozialen Stresskreis der Ordnerinnen und Ordner betrete. Im Halbkreis angekommen gucke ich nur in Richtung des Tribüneneingangs nach oben, während ich mich langsam nach vorne bewege. Steht dort ein männlicher Ordner, ist er der Ordner meiner Wahl. Steht dort eine Ordnerin, gucke ich nur eine Person weiter nach links. Die anderen Ordnerinnen und Ordner nehme ich gar nicht erst wahr. Ich lasse mich abtasten und nehme mir anschließend eines der auf einem Klappstuhl ausliegenden Stadionmagazine. Jedes Mal, wenn ich diesen Stresstest überstanden habe, erwarte ich eine Galileo-Reporterin mit Mikrofon, die mir sagt, dass ich an einem Experiment teilgenommen hätte und sich erkundigt, wie es mir ergangen sei. Das ist noch nie passiert. Es scheint sich um eine längerfristige Studie zu handeln. Mein erstes Ziel ist die Toilette. Ich gehe an ein paar in Vereinsfarben beschallten Menschen mit Essen und Trinken in der Hand vorbei und betrete die Toiletten. Hier ist niemand bis auf einen pinkelnden Mann. Es ist ein Ordner. Jesus Christ, ist das Experiment immer noch nicht vorbei. Entleert und gewaschen gehe ich nun auf die Tribüne zu meinem Platz. Er ist schnell gefunden, es ist ja auch immer derselbe. Hier strahle ich die vollkommene Souveränität eines Dauerkartenbesitzers aus. Kein Nachgucken auf der Karte, kein Suchen am Reihenende, kein hier ist Reihe 6, da müssen wir glaube ich noch weiter nach vorne. Welchen Platz hast du nochmal? Es geht ganz schnell bei mir. Warum das Spiel im kleineren Stadion stattfindet, bisher nur ein Streifenwagen zu sehen war, sich Kindergruppen getroffen haben, mich noch kein besoffener Mann angepöbelt hat und einen Fan für eine Stiftung des gegnerischen Teams gespendet hat, wird in dem Moment klar, als sich auf dem Rasen etwas tut. Die Spielerinnen betreten das Feld. Während ich aus der Personalkonstellation bei den Aufwärmübungen kognitiv die Startelf zusammensetze, werde ich gefragt, ob jemand mal durch könne. Es ist der Essen-Fan samt lärmenden, selbstgestalteten Fan-Utensilien. Er sitzt neben mir. Wie es aussieht, werden wir die ganze Reihe für uns haben. Er erzählt, dass sein Platz eigentlich auf der anderen Seite sei, da hätten sich die Menschen aber wegen des Lärmes beschwert. Jetzt sei er von den Ordnern hier rüber geschickt worden. Er hoffe, hier könne er trommeln. Ja, das kann er. Und er liefert direkt zwei weitere Gründe, weshalb ich Frauenfußball liebe. Menschen im Stadion beschweren sich wegen Lärm und eine Ein-Mann-Fankurve kann sich entgegen der Heiligen im Ticket verbuchten Zahlenkombination aus Block, Reihe und Sitz einfach auf die andere Spielfeldseite setzen. Seine Anreise sei problemlos gewesen, einen Kumpel hätte im letzten Moment abgesagt, weshalb er heute auch den Dienst am Megafon übernehmen müsse und ansonsten sei er ja ganz beeindruckt von der Arbeit, die wir hier in der Frauenabteilung leisteten. Ich stelle klar, dass ich nur ein Fan bin und mit der Arbeit des VfL Wolfsburg nicht allzu viel zu tun habe, aber die Spielerinnen, ja, die sind toll. Mit dem Kauf von Rölfe hätten wir hier einen Coup gelandet, besser hätten wir die Bayern nicht auf Abstand halten können. Wieder dieses wir. Ich betone nochmal, dass ich damit nichts zu tun habe und wirklich nur Zuschauer bin, aber Fridolina-Rolfe-Fan bin ich natürlich auch. Ihretwegen sitze ich überhaupt nur hier. Ich habe mir letztes Jahr wegen Fridolina-Rolfe eine Dauerkarte für 50 Euro von den Frauen des VfL Wolfsburg gekauft. Ich fand sie schon bei Bayern toll, aber da war der Weg zu ihr soweit. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie die beste Spielerin der Welt ist und die für diese Auszeichnung entscheidenden Instanzen das nur noch nicht kapiert haben. Ich berichte, dass ich auch wahnsinnig beeindruckt von Ingrid Engen bin. Mit 21 ist sie die Spielmacherin des mit Abstand besten Teams in der Bundesliga. Die hätte er noch nicht so auf dem Schirm, müsse er mal drauf achten, die Nummer 15 also. So so. Aber auch ihr, jetzt fange ich damit auch schon an, seid doch mit Torit Knark, Lea Schüller, Lena Oberdorf und Marina Hegering sehr gut aufgestellt. Das kann er bestätigen. Ein vermutlich Mitte 80-jähriger Wolfsburg-Fan, dessen Fan-Utensilien mindestens genauso alt sind wie er, es muss die erste Merchandise-Charge in der Vereinsgeschichte gewesen sein, klingt sich mit in die Diskussion ein. Er bringt alle Spielerinnen-Namen durcheinander, aber eine Meinung hat er trotzdem und seinetwegen reden wir gerne etwas lauter. Das Aufwärm ist beendet, die Spielerinnen verlassen das Feld. Nun hat die Bühne einen Mann mit Mikrofon, der mit Publikumshilfe die Aufstellung durchgibt. Er übernimmt die Trikotnummern und die Vornamen, das Publikum übernimmt die Nachnamen. Wo, wenn nicht in Wolfsburg, sollte Arbeitsteilung funktionieren? Du machst die Dichtung, ich setze die Scheiben ein, das versteht hier jeder. Als dann die Spielerinnen in zwei Reihen und mit jeweils einem Kind an der Hand von den Schiedsrichterinnen angeführt den Platz betreten, fängt mein Essener Nachbar an zu trommeln. Der alte Wolfsburger zu meiner Linken nimmt daraufhin sein Hörgerät aus dem Ohr. Hat er uns wirklich die ganze Zeit lauter reden lassen, anstatt einfach nur sein Hörgerät etwas aufzudrehen? Das muss das Alter sein, in dem einem alles egal ist, in dem man auch ohne zu gucken rückwärts aus der Einfahrt fährt. Nun ist er jedenfalls vollkommen abgestöpselt von der Welt. Jetzt, wo die Spielerinnen das Feld betreten und der Anstoß selbst für die zahlreichen Kinder in zeitlicher Reichweite liegt, kommen keine Zuschauer mehr hinzu. So voll wie es jetzt ist, wird es die nächsten 90 Minuten bleiben und es sind weit und breit keine Fahrlehrer oder anderweitig festangestellte Tote-Hosen-Fans zu sehen. Es gibt junge Frauengruppen, Familien und Seniorenpärchen, denen das große Stadion mit den 22 Männern unten in der Mitte zu stressig geworden ist. Und es gibt den Essen-Fan. Er ist zwar festangestellt, aber kein Tote-Hosen-Fan. Das habe ich vor Spielbeginn überprüft. Der ehemaligen Kapitänin des VfL Wolfsburg, Nilla Fischer, ist es zu verdanken, dass alle Mannschaften des Vereins mit Kapitänsbinde in Regenbogenfarben auflaufen. Außerdem hängt in wunderbarer Selbstverständlichkeit zuverlässig zu jedem Spiel eine Regenbogenfahne im Stadion. Eine Haltung, die nicht bei allen Fahrlehrern im großen Männerstadion gut ankommen würde. Das Tolle am Frauenfußball ist aber, dass eben jene Symbole nicht bloß Symbole, sondern auf dem Platz auch gelebte Praxis sind. Bei einem mannschaftsinternen Pärchenabend ist die Frauenquote höher als 50 Prozent. Das Publikum eint eine selbstverständliche Akzeptanz dieser Tatsache, die eine Wärme und Hoffnung in mir auslöst, die kein Tweet von Donald Trump kaputt machen kann. Mein rechter Sitznachbar aus Essen versucht die Wolfsburger Abwehr mit gezielten Rufen durch seinen Megafon nervös zu machen. Sein Erfolg ist messbar. Essen verliert 5 zu 1. War ja klar, dass hier nichts zu holen war für uns, sagt er, nimmt seine Trommel und sein Megafon und macht sich auf den Weg zum Auto. Es liegen noch 335 Kilometer vor ihm. Vor mir liegt der Weg zum Bahnhof, unterbrochen von einer kleinen Verschnaufpause auf den Personenbeförderungsbändern und eine kurze Zugfahrt. Im Bahnhof von Braunschweig begegne ich den Fußballfans des dort zeitgleich ausgetragenen Männerspiels von Eintracht Braunschweig. Alle sind noch betrunkener als vorher. Bis auf die zahlreichen Polizistinnen und Polizisten. Sie warten sehnsüchtig auf den Feierabend, den ihre Wolfsburger Kolleginnen schon längst genießen können. Das wird ja noch mal für uns sehen. Fridolina! 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 Fridolina!